Ach, Turrets schießen? Gegner, komm nicht mal an die Mauer ran. Das ist sehr irritierend. Aber ja, stürmt ruhig immer weiter gegen. Da müssten jetzt zigtausend Leichen sein, die ich einsammeln kann, um daraus Schettin herzustellen, um daraus Schettin Mauer herzustellen. Das ist super. So, also dreckiges Wasser kommt da an. Dann hätte ich gerne Fabriken, die daraus Steine machen. Oder Sand. Dafür hätte ich eigentlich ganz gerne mehrere. So, du hast ein viel zu viel Rezept. Mach bitte Fragezeichen. Nein. Nein. Ach so, das wird nicht mehr in den Maschinen gemacht. Das wird jetzt in den Liquid-Händlern gemacht. Das heißt, wir müssen die nochmal bauen. Die sind schweineteuer. Oh, 30 Stück. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. So, während die mal am Bauen sind. Ich baue gleich nochmal ein paar mehr davon. Gehe ich echt mal ganz kurz runter. Dahin, wo immer angegriffen wird. Und gucke mal, ob da wirklich so viele Leichen rumliegen. Weil es kann ja auch gut sein, dass sie dies bauen, wenn ich mich länger nicht darum kümmere. Das wäre ein bisschen schade. Wobei es dafür extra einen Gegenstand gibt. Der nennt sich Item-Collector. So, ihr seid leer. Könnt ihr hier auch mal weg. So, bist du leer? Ja, kannst du auch weg. So, mach mal ein Loch da rein. Mit Lormhaus das zu gedrückt halten. 28. Irgendwie verschwinden die... Ah, doch. Die verschwinden dann auch. Ja, wenn waren es nicht viele. Das heißt, irgendwas ist da faul. Aber so wichtig sind die Leichen jetzt momentan auch noch nicht. Haben wir irgendwo Lasertürme? Ne, ne, ne. Ne, habe ich nicht. Ja, aber die kommen hier auf zurecht. Wir sehen das hier immer, dass da 18 Türme oder was schießen. Das ist schon okay. So, die Fluid-Liquid-Händler sind fertig. Ich baue trotzdem noch ein paar davon. Ich baue nochmal zwei Zentrifugen. Ich baue... Was baue ich denn nochmal schönes? Halbe schnelle Ärmchen. Schon habe ich keine Eisenplatten mehr. Das ist echt viel zu schnell. Achso, so. Hier unten wollen wir weitermachen. Also, wir haben Dreckwasser. Wir haben jetzt die... Die da. Und die waren problematisch, weil da müssten wir wieder... Ne, da müssten wir einfach nur Sand abziehen. Da müssten wir Steine abziehen. Und die hier wären effektiver. Ich hätte aber ganz gerne Sand. Also, mach es so. Das heißt, du brauchst da... ein Fließband. Dann brauchen wir noch einen davon. Und dann machst du auch Sand. Du brauchst da ein Fließband, das meinetwegen nach da wegführt. Das ist doof. Mach die Leute nach oben. Wir haben ja extra schön viel Platz hier. Setz die mal da und da hin. Dann bekommst du jetzt hier einmal so, einmal so, dass man da auch durchlaufen kann. Du gehst da hin, da hin. So, das war jetzt ganz viel Eisen verballert. Und du kannst hier dann unterirdisch weglaufen. Von da nach da. Und den Sand wohin auch immer bringen. Laser-Turils sind fertig. Personal Laser-Defense, nein. Edelsteine, nein. Shutgun-Shooting-Speed wird langsam teuer. Das wird alles langsam teuer. Alien-Tag. Lila Science-Packs. Ja, erforscht das mal bitte. Sand wird abtransportiert. Wir brauchen eine große Kiste. Große Stahlkiste. So. Alles Rinder. Du Sand. Du Sand. Ähmchen. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt brauchen wir den Tank für das saubere Wasser. Ja, ich wollte gerade sagen. Wehe, das Fließband ist direkt auf dem. So. Tank mit sauberem Wasser. Brauchen wir davon mehr als einen? Ähm. Nö, ne? Die müssten eigentlich schnell genug hinterher kommen. Okay. So, wir setzen jetzt den sauberen Tank mal dahin. So, so. Kriegst du da noch einen dahin, da noch einen dahin. So, und du müsstest dich jetzt relativ schnell mit sauberem Wasser füllen. Ja, ja, ist okay. Haben wir hier ein Problem mit Sandabtransport? Nö. Die Dinger an sich sind nur zu langsam, so gesehen. Könnten wir aber Geschwindigkeitsmodule reinhauen. Und Sand stapelt sich in tausender Größe. Das ist okay. Also, Wasser haben wir jetzt. Wo sollte das Wasser hin? Da ganz oben. Okay, wir müssen das hier in der Mitte langführen, sehe ich gerade. Das heißt, geht da lang, da lang. Da lang. Und da hätte ich doch eigentlich ganz gerne wieder super langen Rohrendinger da. Ruhig ein paar mehr davon. So, da runter. Wow, ha, 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 ha. Das ist zu geil, das Ding. So, flupp, Wasser. Schon arbeitet alles. Sehr gut. Schlacke. Kommt. Geht Schlacke auch wieder. Ganz langsam. Ja. Es füllt sich alles hier in dem Tank. Aber die Dinger kriegen das nicht schnell genug ab. Das heißt, wir brauchen jetzt die Pumpen. Die tollen Pumpen. Und zwar da. Und da. Das heißt, der Tank müsste jetzt eigentlich schneller leer gemacht werden. Das ist nicht gut. Nicht, 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 nicht gut. Äh, du nochmal einen davon. Also eigentlich sollten die da schaffen, da hinterher zu kommen. Gleich nochmal einen davon. So, ihr sammelt jetzt alles ein, ne? Ja, ihr seid sinnlos. Gut. Ähm. Sinnlose Konstruktionen haben auch ihren Platz. Das ist unterhaltsam. Ähm. Ja, das wird immer mehr. Das ist nicht gut. Geschwindigkeitsmodule. Haben wir kein Eisen für. Also wir brauchen definitiv viel, viel, viel mehr Zentrifugen. Und wir werden dann viel zu viele Steine produzieren, dass wir gar nicht loswerden können. So, wir gucken, was wir damit später anfangen. Gut, die Dinger haben hier noch nicht mal Speedmodule oder Effektivitätsmodule. Ja, passen da Speedmodule rein. Die haben noch nicht mal vollständig Effektivitätsmodule. Äh, Speedmodule, was sie später haben werden. Die werden hier fünf Stück MK3 oder was drin haben, damit das schön schnell geht. Und dann produzieren wir noch mehr Sludge. Ah, das ist echt ein Problem. Okay, haben wir noch Zentrifugen? Ja, dann machen wir diese komische Fehlkonstruktion da weg. So, und hau hier noch jeweils da, da, da und da welche davon hin. Dann hätten wir gerne da, da, da und da solche Ruhe. Äh, so müsste das eigentlich aussehen. Ich glaube schon. Sieht gerade ein bisschen wüst aus, aber ja, das ist richtig. Da fehlt noch einer. Genau, die Verbindung. So, Sludge, Sludge, Sludge. Da, da, da. Ihr kriegt jetzt erstmal leider keine Pumpen. Ihr müsst alle noch einmal gedreht werden. Und ihr braucht Ärmchen. Ärmchen, Ärmchen. Nee, Ärmchen. Eine. So, warum arbeitet ihr jetzt nicht? Weil der Sludge viel zu langsam da ankommt, weil ihr keine Pumpen habt. Ja, okay. Ich muss, warum man davon ganz viele... Boah, was ist das für eine Zwischenschritte? Ja, mach mal. Wir holen uns der Weigert mal mehr Stahl. Und alles, was wir brauchen, um mehr Speedmodule zu bauen. Also Eisen. So, wie schaut es sonst aus in der Produktionskette? Wir haben... ...kein... ...abfluss für das Eisen. Das flüssige. Das flüssige Eisen sollte hier hochgebracht werden. Und in die Richtung weiter fließen. Richtig? Ich denke schon. Das heißt, wir machen hier jetzt einfach mal... ...ein Tank hin. Und dann kommt das von da nach... ...da nach da. Und hier könnten wir Pumpen reinpacken. Ne. Ich mach das weg, bevor da was reinkommt. Wir brauchen mehr Platz dafür. Weg, 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 weg. Ich will auf jeden Fall da Platz haben für ein, wenn nicht sogar zwei Pumpen vorher. Mach das mal... ...da hin. Dann machst du hier eine Pumpen hin. Und dann machst du da die Verbindung hin. So, und warum kommt jetzt von hier aus kein... ...Eisen an? Warum nehmt ihr kein Eisen? Weil ihr keine Lava habt. Okay, nächstes Problem. Den Lavaanschluss habe ich noch nicht gemacht. Lava kam von hier. Muss auf die Höhe gebracht werden. Gut. Nebenbei werden wir auch wieder angegriffen, aber davon merkt man nix. Äh. Achso, jetzt wird's interessant. Lalalala. So, darum, darum, darum. Muster. Muster. Wo sind die Superrohre? Da ist ein Superrohr. Superrohr runter. Habe ich erwähnt, dass die geil sind, die Teile? Mal eben fünf oder sechs von unseren Standardeinheiten bis nach oben gelegt. So, du... ...bekommst jetzt die vollkommen falsche Lava. Ja, sehr doof gemacht, Gerogon. Sehr doof gemacht. Stopp. Da kommt die 1400 an. So. Ja, okay. Das heißt, oben die ganzen Dinger müssen nochmal weg. Die sind jetzt mit einer falschen Lava gefüllt. Nanana. So. Wir wollten die Lava mit den entsprechenden Temperaturen immer links irgendwie abzwacken. Was am Anfang auch ganz gut klang, aber jetzt haben wir hier überall diese Dinger am Weg stehen. Oh. Und du arbeitest nicht. Ähm. Da und da. Du gehst da runter. Du machst Lava 1600. Du machst Lava 1600. So. Äh. Genau. Also die Lava wird ja weiter nach oben gebracht und wird später dann nochmal erhitzt. Wahrscheinlich auf 1800 und 2000. Ich weiß nicht, was Stahl braucht. Stahl brauchte 2000 zum Beispiel. Und Tungsten vielleicht noch mehr. Aber wie kriegen wir die heiße Lava jetzt hier raus und da oben hin, wo wir sie brauchen? Einfach da unterirdisch. Da raus und dann hoch. Ja. Okay. Dann nehmen wir so ein Superrohr. Da runter und hoch bis auf die Höhe. Dann hier Superrohr. Oh. Superrohr. Wir brauchen noch eins. Da. Äh. Und zwar bis hier. Ah. Einen davor. Dann haben wir wieder Platz für Pumpe und so. Mal so. Dann. Dum dum dum. Unterirdisch. Da. So. Das sollte jetzt 1600. Eck. Gefegt noch. Das sollte jetzt 1600er Lava sein und nur 1600er. Ja. Sollte es. Und auch hier nochmal. Die Menschen. Auch hier nochmal ein weiter nach oben für noch mehr Platz für Pumpen. Pump. 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 Wo bist du? Da. Pumpe. Pumpe. Und du wirst leer gepumpt. Ja. So. Jetzt müssen die Dinger endlich arbeiten. Genau. Wird eingesackt. Wird verflüssigt. Und das Ding füllt sich hier in Windeseile. Tipp. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Nimmt also langsam Form an. Wie schaut es mit der Schlacke aus? Die kommen hinterher. Das ist gut. Mach den da runter. Den da runter. Den da runter. und schon.